Du hast eine Bombe gelegt. Au, echt schon drin. We have this. Time to move forward. Up for last up standing. Okay. Man kann ja voll rumsneaken mit der. Mhm. Alles peaken, nicht mehr taktisch irgendwas machen. Nur noch peaken. Alles peaken. Alles was du siehst. Einfach immer pre-feiern. Ich zeig euch, wie man das macht. Muss drohen. Okay. Alles klar. Niko mach mal Silent Breach. Bitch. Ach mich? Achso, okay. Mach, mach. Ich mache. Ich mach doch, Niko. Du musst das Fenster kaputt machen. Digga, du f*** ab. Digga, du hast nicht... Doch. Nein. Ich zeig dir die Aufnahme, wann passiert das. Ja, okay, okay. Mit Dennis kann man echt nix aufsehen, Alter. Ich hab die sofort gesucht. Wow. Unter uns ist einer, ne? Ja, ja, ich bin schon am UpAim. Facebook Myspace. Oh, ich hab ihn. Den unter uns? Ja. Nein. Ich werde niemals diese Treppe da hochgehen, ne? Ich werde immer diese Treppe da hochgehen, ne? Ich werde immer diese Treppe da hochgehen und flamen, warum ich durch die Treppe hochgegangen bin. Dann werde ich die nächste Runde sagen, ich gehe auf die Treppe nicht hoch, dann werde ich die Treppe hoch und dann stelle ich wieder und mache ich das Gleiche. Ah, mein Tee. Gordon? Das war zu stumpf gerade. Digga, nach 40 Minuten haben wir eine Runde gespielt. Ach, diese Tester waren... Ja, genau wie gestern dann. Und die erste Lobby habe ich dann um 11 Uhr gefunden. Oh, du. Hahaha. Hahaha. Dieses, dieses... Oh. Das nehme ich auf, als... Hahaha. Oh. Oh. Setting up a little show. Reload. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben schon oben irgendwie nicht drin. Ja, die sind oben. Weiß nicht. Warte ich noch ein bisschen. What the fuck, das ist wirklich scary. Das ist noch einer oben, das ist noch einer. Ich bin unten, ich bin nicht oben. Dieses Spiel ist so ein rotz. Wo schießt der? Renn mal von unten die Treppen hoch, da. Was? Oh ma... Mach Impact und renn dann die Treppen hoch, da rechts. Langsam, langsam. Oh Leute. Ein Colosset? Kann man sonst ja noch eine drohe. Kann man sonst ja noch eine drohe. Oh. Lol. Wack ist drin, weg ist drin. Wack ist drin, wack ist drin. Lol. What the fuck. Clearing LOS. Das möchte ich gerne sehen. Das ist mein Lucky Hedge, aber ich hasse das ey, oh man, oh dunke dunke, oh, guck, das mach ich immer, ich crunch einmal, ich crunch auch immer. Aha, ok, ja, ja, zieht gut aus, Marvin sucht, oha, fünf Sekunden schon, ah fuck. Neuer Rekord, fünf Sekunden. That's what he said. Neuer Rekord, fünf Sekunden, warte mal neu. Ich bin dead, ich bin dead. Oh, die sind schon hier oben, Leute, da vorne. Haben sie, der hat mich gesehen? Gönn dir, ich bin full flasht. Ich kann nicht geflasht werden, das ist die Sache. Gönn dir. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ey, komm mal her, komm mal her, einer von euch. Julian, komm mal her, schnell. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hast du zu vier? Ich hab Monty gehört, nein. Achso, der liegt ja wer. Hallo. Oh Gott, ich komm mit. Wie das aussah, erst mal hinterliegt ja jemand. Dann muss ich aber los, ey. Warte mal. Hä? Was ist das für ein scheiß Timing? Junge, das sieht so dumm aus. Hör auf damit. Immer noch? Verpackt? Ja. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Guck wie das aussieht. Hör mal. Alter, warte, ich guck. Junge, Armin erforscht die Sterne, erforscht die Sterne. Was wollt ihr? Das sieht aus gesund. Wir sind U-Boot Scope, Alter. Hier, Monja. Werde ich nicht gebannt? Äh, ein Custom Game? Ja. Guck, ich wurde gebannt. Loll. Hahaha. 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 Was ist? Der Jäger vor mir. Hahaha. Er killt nicht, Nico. Ich weiß nicht was ich machen soll. Er ist weg. Er ist weg. Er ist aufgegeben. Hahaha. Was ist los? Hahaha. Alle drei da. Was ist das? Blank des Lebens. Oh, ne Scheißernte. Letztes noch draußen. Er piekt das ab. Linke Seite. Kamera ist OP, Digga. Noo. Ach, Con. Ach, Con. Ja, du, come on. Die ist crazy. Geh mir weg, Dima. Geh mir weg, Dima. Digga. Ah. Lol, er reinforced irgendwas. Obwohl es nichts gibt. What the fuck? One friendly remaining. Hey Nico. Ja? Findest du die Test-Termine nicht auch interessant? Why? Weil wir seit drei Minuten ein Spiel suchen. Casual, aber wir nichts finden. Also ich meine, der Hintergrund ist ziemlich sick. Wie er sich bewegt und so. Wie er sich bewegt und so. Wie. Ich würde gerne auch mal die neuen Operator spielen. Ich mag die Musik. Ich hab die Musik aus. Oho. What the fuck? Das Geräusch hat mich grad richtig irritiert. Okay, Nico. Bist du bereit? Guck auf die Zeit. Ja. 420. Das ist voll komisch gerade. Oh Nico, wie geht's dir so? Marvin, wie geht's dir so? Ja. Oh. Schmerzen. Egal, scheißegal wie's dir geht. Es geht los. Haha. Was hast du da? Kackenschmerzen? Nackenschmerzen. Mhm. Die guten Kackenschmerzen. Kennst du die nicht? Die guten Kackschmerzen. Ich hab echt Kackschmerzen standen. Ich kann planen. Ja danke dafür, dass ich noch spielen durfte. Okay, geht, geht, geht. Geil, das geht. Kann planen. Haha. Mein Diffuser. Gib ihn zurück. Nein, meiner. Gib ihn zurück, das ist mein Diffuser. Nein, meiner. Au. Timo, du Bastard. Ich hasse euch. Immer wenn ich Nox spiele, fickt ihr alle weg. Wow, alter Shit. So viele Opfer, man. Psch, psch. Mach grad'n sneaky Shit. Ich kann jetzt schon hören, dass der Flo bei dir komplett ist. Der kommt die Garage, der kommt jetzt wahrscheinlich, der geht in die Garage, der geht in die Garage. Links in die Garage ist der gegangen, in den Gang. Okay. Sneaky Shit. Bin hier richtig fucked? Alter, der, der Mute hält mich jetzt seit mehreren Minuten hier fest. Treppen, Treppen hinter dir, Dima. Dima, Stairs nach oben, Stairs nach oben, Dima. Stairs nach oben, ist jetzt, ist jetzt First Floor, First Floor, peak dich langsam, peak dich langsam. Kommt den Gang, kommt den Gang rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Der Gang, ja, ist auf den Gang, schön. Hehehe. Ach, wie ist er denn? Wer macht diese Friends Musik an? Toebetween Keiner Barstys noch. Jungen, ich hab mich so erschrocken, ne? Ach ja, Monty. Oh, die Ma... Oh, die Stärken! Oh, die Stärken hinter dem Pianos, hinter dem... Oh, Gott! Oh, mein Gott. Das ist so tot! Wer möchte, dass ich Warden spielen? Ich bin nicht. Nein, Mann! Ich kann nicht mehr! Junge, Junge, Junge. Incoming in 300. Come on, dog. Ich denke so, ich schleiche mich jetzt an und dann kommt so eine fette Zuchtsau von hinten und denke so, oh Wichser, Alter. Der Baster. Ach du warst das? Ja, wie du dich so umgedreht hast und ich bin direkt, ich dachte, du hast nichts gesagt, nur dieser Blick. Und ich dachte mir, okay, ich bleib, ich bleib jetzt hier stehen, so. Weißt du, wenn es passiert? What? What? Pantino! Herr Pantino! Herr Pantino! Was? Noll! Herr Pantino, was? Was ist mit dem? Das Gegneteam hasst uns jetzt. Hallo? Junge! Boah, Alter! Dein dreckes Maul, Alter! Ich dachte, wer ist gerade im Teamspeak? Was für Leid ist das? Wie bleibt, Alter, du? Es war so, es war so still. Ja, dann sag du doch alles, Alter! Es war so still! Hallo? 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 Du hast ein Pasta, ey! Du hast ein Pasta, ey! Du hast was dringend dran in meinem Häuschen. Knuspert, knuspert, knuspert. Knuspert ein Mal! Du hast knuspert an meinem Näuse. Du darfst knuspern! Lass gucken, wie lang wir schaffen, Nico. Bitte? Lass gucken, wie lang wir schaffen. Okay. Du musst dir aufzulecken. Du musst dir aufzulecken. Junge, 20 Minuten! Wir warten gerade, 20 Minuten! Wartet ihr gerade? 20 Minuten? Was? Was? Oh! Der Aller denkt, sie ist schlau. Hast du die gesehen? Ja! Die wird jetzt erstmal weggesnackt. Niko, hol sie dir! Ja! Mann, ich wollte dir einen Headshot geben, aber die hat sich so hässlich bewegt. Du hast dir doch einen Headshot gegeben. Oh. Wir haben die voll weggesnackt. High five, Digger! Wie die echter saß. Boah, die war ganz schlau. Der ist auch ganz schlau. Der ist auch ganz schlau. Du bleibst hier! Solche Opfer, ne? Ich hab acht Diamonds gefunden. Digger, gib mal was ab! Digosch. Wir warten hier ein Game zu finden und die zocken einfach Minecraft. Natürlich. Du hast die Diamonds nur wegen mir gefunden, ja? Nö, die Festung hab ich gefunden. Ja, aber ich hab den Eingang zur Festung gefunden. Ne. Also wir warten jetzt 28 Minuten, ey. Ich glaub das war's. Erstmal die 30 noch voll machen. Das reicht uns nicht! Boah, Alter wie ich mich erschrocken habe. Eins. Vier. Drei. Echt? Silvester! Ja, bei mir ist schon 30 voll. Lol. Drei. 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 Drei.